wir haben den kommande keines tempel und operations basis diese übertragung wurde uns vor fünf minuten live von einem agenten vor ort überspielt also gibt es keinen zweifel dass keiner drin ist er hat seine spezialinfanterie bots dabei sie werden nicht leicht an den rand kommen ironisch nicht wahr kane hat sein tempel direkt vor den toren von sarajevo aufgepflanzt genau da wo einst ein anderer verrückter schon den ersten weltkrieg angezettelt hat und wir sind hier und versuchen den nächsten verrückten aufzuhalten commander es gibt diesmal kein pardon keine nachsicht mit kane und seinen fanatikern machen sie sein tempel dem erdboden gleich vernichten sie den bastard selbst wenn sie sterben bei dem versuch verstärkungen sind eingetroffen okay bleib hier wieder an die ecke verstärkungen sind eingetroffen du machst den weg komm gib ihm noch eins höher komm schon neue bauoptionen unsere basis wird angegriffen yo really energieniveau kritisch konstruktion fertig repair some shit okay wir brauchen auf jeden fall eine kaserne in ordnung wollen wir irgendwas anderes machen so und hauen hier jetzt erstmal ein paar bobby's raus wird gebaut konstruktion fertig macht der auch mal was zur hölle panzer what is happening there okay gut konstruktion fertig wird gebaut ja konstruktion fertig in ordnung so mach weg alle da hoch und ab geht's sandsegel wird gebaut konstruktion fertig in ordnung jawohl na jawohl okay gut das genügt erstmal in ordnung bleibt hier so alles klar ah jetzt what ähm so wird gebaut konstruktion fertig wird gebaut konstruktion fertig wird gebaut schneller wie viel kostet die raffinerie 2000 okay gut damit müssen wir auf jeden fall rechnen 2000 wird gebaut kriegen wir aber hin jetzt sind wir noch in einem guten preislichen rahmen dafür wird gebaut so los 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 konstruktion fertig wird gebaut konstruktion fertig alles klar raffinerie und verkaufen all right solange nicht noch jemand angreift ist alles gut jawohl zahl geht klar weil ich befürchte die sind im weg konstruktion fertig yes okay da ist die berium was brauchen wir als nächstes ein wachturm definitiv wird gebaut hoffentlich rennen die jetzt nicht in feindliche einheiten hier und dann brauchen wir noch ein paar andere sachen konstruktion fertig leider nicht möglich konstruktion im gang du sollst ja gar keine weitere konstruktion starten madame okay dann benötigen wir als nächstes eigentlich noch mal zwei wachtüren damit wir das hier optimal beschützen können erst mal breche auf weil sonst gibt es einen Arschtritt da habe ich keinen Bock drauf konstruktion fertig wird gebaut nää nicht das großkraftwerk der wachturm abgebrochen wird gebaut nicht genügend Geld geldmittel unzureichend ist okay energie niedrig das ist nicht okay ach ne das war ja nicht der letzten konstruktion fertig so dann haben wir das und dann als nächstes eine waffenfabrik ach so da haben wir so genau was zu verkaufen sehe ich gerade mjoink okay pfft ah das war so klar jawohl sir in Ordnung okay weggebasht komm jawohl sir kein Problem kill them oh fuck das hat reingehauen ganz schlecht aber ja das wird jetzt auch schwierig zu halten bin ich mir eigentlich ziemlich sicher so komm mach die waffenfabrik klar damit wir hier Panzer nachziehen können los ah das wird immer noch nicht reichen nein alles klar i guess we dead in Ordnung almost das wird schwer das wird richtig schwer what come on jawohl sir ja komm zurück da haben wir wahrscheinlich überhaupt keine Chance gegen jawohl sir unsere Basis wird angegriffen gut solange sie es da drauf absehen ist es in Ordnung komm mach ihn weg wo rennt ihr denn hin hier vollhorns und schön drin ins Tiberiumfeld du auch da unten du holst okay cool hat gereicht zum verteidigen das ist nice grad so repair that repair that und Geld ist gone the money okay da sind welche durch Tiberiumfeld getingelt alles klar jawohl zahl dabei ziehen wir jetzt erstmal zurück die Korsphysics nice okay fine nee du sollst ja auch das hier bauen okay weiter geht's Kampfpanzer 800 okay ah 5 reichen erstmal wird gebaut das hoffe ich zumindest klar klar haben wir dafür jetzt nicht genug Geld und danach brauchen wir ein Kraftwerk und eine Radarzentrale brauchen wir die hm nicht sicher ne Werkstatt wäre nicht verkehrt okay komm 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 was wir hier natürlich benötigen auf jeden Fall jetzt noch einen Wachturm damit wir das ganze beschützen können weil die werden irgendwann versuchen uns einzunehmen die Säcke ja schicht schicht jawohl kack okay sweet ah nicht sweet Konstruktion fertig wird gebaut reparieren welche Konstruktion ist jetzt fertig na da Panzer okay hochhole den Sack Geldmittel unzureichend ja wir hätten vielleicht noch ein Erntag gebraucht abwarten ja aber ja da ist was dran vielleicht habe ich auch schon öfter mal gesagt so wir sollten uns dann vielleicht auch anfangen hier einzumauern damit ihr nicht einfach da durchrennen können ja das ist klar erst mal hier schützen komm schon bevor die versuchen hier was einzunehmen das ist ich da Konstruktion fertig so einmal hier und weil es so schön war machen wir hier auch noch einen hin Energieniveau kritisch naja das ist mir auch klar danke danke oh shit repair all of it oh wieso habe ich jetzt überall eigentlich Niveau verloren key whatever komm schon Erntag wir haben nicht die ganze Tachtzeit wenn wir genug haben baue ich noch einen wir müssen nur schneller sein als not eigentlich ist das im Grunde alles easy going komm schon der müsste auch noch mal langsam nochmal ein Panzer rauslaufen Konstruktion fertig indeed Konstruktion fertig so nächste Panzer ja machen wir mal da hin nee das ist zu weit machen wir hier hin ah nicht nicht du nicht doch du du oh mein Gott what is happening so okay leider nicht möglich Konstruktion im Gang was erzählt die mir denn da die ganze Zeit okay so nächste Großkraftwerk auf jeden wird gebaut oh mieser Cheater Alter die hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ins fucking Tiberium schicken sollen aber gut bleibt abzuwarten was Cain dazu sagt wenn ich im gleichen Arsch rede oder auch nicht komm halt drauf das Sammler könnt echt mal drauf halten ich glaube das ist erstmal wichtiger dass das Großkraftwerk fertig wird Maschendrahtzaun auch Konstruktion fertig ach come on really wo ist hier noch hin so ab geht's soviel zum kritischen Energieniveau Radarzentrale kostet nur 1000 wird gebaut die kriegen wir nirgends mehr Mist muss ich die jetzt wirklich da hochbauen wir haben jetzt aber auch gleich kein Tiberium mehr aber für die Nukularbombe nein Quatsch für die Ionenstrahl brauchen wir auf jeden Fall eine Radarzentrale deswegen ah look at that shit okay aber solange da nichts anderes ist ist es ja in Ordnung gerade mal pausieren gestoppt und dann mal reparieren hoffentlich so haben die eigentlich alle Schaden genommen seriously so so und so alles klar okay beam jetzt haben wir natürlich kein Tiberium mehr das heißt wir müssen erstmal noch ein anderes Feld klar machen jawohl reche auf wir müssen erstmal schauen wo vor allem reche auf ohne dass uns der Erntner verreckt unterwegs jawohl jawohl hätte ich mir eigentlich denken können komm mal weg aber das das haut rein damn wird gebaut okay aber ist eigentlich schon weg gut Mammutpanzer Konstruktion fertig ja halt auch noch was in Ordnung okay wenigstens ein bisschen Tiberium hier gut ernten wir das get it und Konstruktion fertig awesome leider nicht möglich Konstruktion im Gange wird gebaut Geldmittel unzureichend ist klar komm mal hin Geldmittel unzureichend wir könnten dieses Gebäude einnehmen Panzer äh eine Mauer drum herum bauen rein theoretisch okay der braucht jetzt natürlich ewig den Mist hier zu holen jawohl in Ordnung reche auf aber keinen Schritt weiter okay gut so dass der Erntner wenigst alles abziehen kann das nicht geht bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal zum nächsten Mal